servus und grösser ich muss mich leider diesmal entschuldigen die qualität bei diesen videos habe ich erst heute gemerkt dass miserabel store hat sie leider in meinen kohle winkel verstellt gehabt habe ich aber jetzt behoben das heißt die kommenden videos werden alle besser werden von der qualität her wieder gut werden wieder schön und ich danke trotzdem für das verständnis bis zum nächsten mal euer pipsi